Rot oder was? Nee, ich zieh wirklich schön. So, einmal durchhüpfen. Ist nicht mal vorbeigelaufen, nie gesehen. Wir haben das mal durch Zufall ausprobiert. Dann kamen wir da raus, den einmal anlabern, dann fliegst du hin. Dann setzt du dich da ab, in der Festung deinem Abyss, und dann geht's los. Dann müssen wir uns nach unten durchkämpfen. Oh, ich hab meine Flügel wieder. Der Pool soll doch recht schwer sein, ne? Also. Dann kamen du nicht zu. Dann kamen du nicht zu. Und dann stecken sie zu. Wie überraschend, ihr wagt es hierher zu kommen, Hauptmann. Lord Lefa glaubt an eure Loyalität, nicht wahr? Bald offenbare ich ihm eure wahre Natur. Ihr solltet nun weglaufen, falls ihr leben wollt. Nur zu, ich verfolge euch nicht, versprochen. Soll ich dann alle erste Mal in der Mitte stehen bleiben, wenn wir da sind? Ja, ich fliege gerade mal in die zweite Tour. Mini-AFK. Du bist ja genau hinter mir, wenn irgendwas hinfläuft, im Sinne von, dass ich den doch zu spät ziehe. Ja, sobald du tot bist. Soll ich nicht. Da ist auch zwei, da kommt links ne Putt, Vorsicht. Jeder. Das war's für heute. Ich hab dir ja bessere Hosen und Handschuhe gebraucht. Was ist da momentan aus? Die 30er CVP. Simi-Blau? Ja, ne? Ne, Grün. Wir haben die Rüstung, die es da gerade als Verlohnung gegeben hat, bei Lindrato. Das war Rabelbrust und da hab ich eine bessere. Ein Viertel von der Energie wie der andere. Der sollte eigentlich alles gut runterziehen. Achso, bei den Hosen bist du schlechter. Die Eves macht den dead. Aber das wird es, wenn die Eves macht. Die Eves kommt durch den Bord. Die Eves macht den ersten Mal. Als es wird der KrediteSilent. Die Eten hat die これ mit dem sword gebraucht. Das ist eineliche, die wir im messerlich. Das ist eine wunderschöne. Das war's für heute. gut dass wir den Raum freigemacht haben, weil wenn der jetzt da unser Wissler rumgeschickt hat er was dabei? Kann denn jemand looten oder liegt der da nur so? Achso, ja, siehst, nein, hat nichts dabei, wow, also hat jetzt jeder dann den Quest soweit, dass es heißt, schnick, 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 segmenterinnerung mit Acetes reden, acetes reden, ne, bei mir ist Acetes, naja, oder so, haha, wo steht denn, da weiß nicht jemand, das war wieder oben, dann, ne, das ist Untertitelung des ZDF, 2020